Ich bekomme jetzt zurück zu KeckTV-Ancut, wir reagieren heute auf den guten Stay, allerdings im Web-Livestream-Archiv irgendwie, keine Ahnung, es wurde mir zugeschickt. Da hat er nämlich über mich, Shoyoka, Dekadent, Monto und so weiter geredet, wie das passiert ist und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, da reagieren wir natürlich drauf, ne? ...heblichen Haufen Scheiße, der von Kanal A zu Kanal B gespült wurde. Und das in einem Maße, in dem ich das auch noch nicht wirklich sehen konnte. Okay, warte, wir gehen nochmal ein Stück zurück. Ich bin informiert, das hat mich genervt. Das ist Tilt Nummer 1 gewesen. Tatsächlich der Haupttilt. Äh, Tilt Nummer 1. Tilt Nummer 2. Tilt Nummer 2. Am... Boah, wann ist denn dieses Video hochgeladen worden? Junge, fast 1000 Zuschauer, bollet mich ein, oder was? Ich habe ja sicherlich von dem famosen Video von KuchenTV gegen... ...gegen Dekadent-Ansagen gehört. Da wurde wohl einiges an Scheiße losgetreten und dann hat es eine Montana-Black-Reaktion gegeben, wo sich Montana-Black und KuchenTV gesagt haben, ja, let's go. Und dann gab es einen erheblichen Haufen Scheiße, der von Kanal A zu Kanal B gespielt wurde. Also, ich kann einfach nicht, ich kann mit der E-Taste nicht stoppen. Ja, wie nervig ist das denn? Ähm, ich weiß nicht, ich finde, Stay hat irgendwie so seine Momente. Also, wir haben ja auch schon auf Videos von ihm reagiert, die ich wirklich gut fand. Auch das zu Flask fand ich sehr stark zum Beispiel. Manchmal hat er irgendwie so eine unangenehme, so leicht arrogante Aura irgendwie. Und, ja, manchmal bringt er auch komische Sachen. Also, ich finde, das ist immer so ein Hin und Her irgendwie. So, wisst ihr, was ich meine? Der hat schon manche gute Momente, aber manchmal ist er auch sehr komisch unterwegs. Also, ich gucke seine Streams nicht, aber ich bin jetzt auch generell keiner, der Streams guckt, muss ich dazu sagen. Aber auch jetzt seinen YouTube-Kanal verfolge ich nicht. In dem ich das auch noch nicht wirklich sehen konnte, weil ich ja währenddessen auch gestreamt habe am Donnerstag. Und er hat nicht, er hat dieses rote Podcaster. Jeder vernünftige, hat diese Schuhe. Ich hab mich, ich... Wanddex, Junge, Tier 1, Tier 3. Ganz, ganz lange. Junge, Dankeschön für den Tier 3-Sapp, Alter. Vielen lieben Dank. Ja, guck, ich hab mir Workshop 3 gekauft und jetzt hab ich das Geld fast schon wieder drin. Dankeschön. Keine Kuchen-TV-Videos nach der Kontroverse damals, um diese Angriffe auf Frau oder nicht. Ich kann ja wirklich nicht stoppen mit der Leertaste. Und dieses Prank-Video und dann diesen... Das war eine Katastrophe. Und ich hab mir damals gesagt, ich guck mir das im Stream nicht mehr an, weil das ist einfach zu abgefuckt. Und das tue ich seitdem tatsächlich. In diesem Zusammenhang habe ich also Off-Stream... Habe ich also Off-Stream... Ja, schade eigentlich, ne? Ich bin gespannt, ob Stainich doch irgendwann mal wieder auf mich reagiert. ...Stream mir die Dinge angeguckt, um im Bild... Versuch mal P lieber nicht. Warum hab ich das gemacht? Denn der Grund dafür ist, dass gesagt wurde, dass mehrmals mein Name gesagt wurde und Wish bestellt und bla bla bla. Und es ging halt... Es war halt eine Menge Antipathie im Spiel, ne? In diesem Zusammenhang. Mit F-Pause machen? Und darum hab ich mir das vorgezogen. Aber es geht unten immer hoch. Und jetzt hab ich auch zusätzlich... Und das möchte ich jetzt einfach mal dazu sagen, mir die Zeit genommen zu verstehen, was das grundsätzliche Problem dahin erscheint. Denn das Ganze ist ja aus einer Ursache heraus entstanden, die mir vorher gar nicht klar war. Enter ist es auch nicht. Das war mir ja gar nicht klar. Ist ja nicht schlimm. Und deswegen hab ich mich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt und hab jetzt alle Videos dazu geguckt. Und dafür... Diese Zeit kann ich nicht zurückbekommen. Also diese Zeit kann ich nicht zurückbekommen. Wirklich nicht. Ich kann diese Zeit nicht zurückbekommen. Oh mein Gott. Aber ich bin zumindest jetzt informiert darüber. Und ich gebe euch jetzt ein kleines Update. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich werd das jetzt sagen, aber ich versuche nicht so viele Informationen aus den Videos herauszuarbeiten. Ich habe erst mal das Video von Kuchen gegen Karl angeguckt, um zu verstehen, was das Problem ist. In dem Video von Kuchen und Karl, was ich dann pausiert habe, wurde mir klar, dass es eigentlich nicht um Kuchen und Karl geht, sondern um Shoyoka und Kuchen. Dann habe ich mir also die Videos angeguckt von Kuchen und Shoyoka, wo ich dann gemerkt habe, dass das irgendwie nicht um den Computerspielpreis geht, sondern um Computerspielkreis Shoyoka-Kuchen. Dann habe ich mir drei Teile von irgendeinem Ansagevideo reingezogen von KuchenTV, zeigt, dass Shoyoka scheiße ist. Und ich musste, auf jeden Fall bin ich wirklich, ich habe jetzt alles gesehen und bin auch ein bisschen traumatisiert, aber ich habe mir alles angeguckt. Damit ich zumindest informiert bin. Man kann ja nicht sagen, hey, du hast es nicht angeguckt. Doch, ich habe es mir angeguckt. Also, es herrscht wohl schon eine ganze Weile eine erhebliche Antipathie zwischen KuchenTV und Shoyoka. Und die können sich wirklich nicht riechen. Boah, ich weiß nicht. Das ist irgendwie aber auch zu übertrieben. Ich weiß, es wird immer so dargestellt, als wenn ich Videos gegen Leute mache, die irgendwie hasse oder so. Ich weiß nicht. Also klar, ich finde sie schon sehr, sehr unsympathisch auf jeden Fall. Das schon. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die hasse. Ich berichte halt über Dinge, die halt passieren. Ich fand halt ihre Reaction zu Hogwarts Legacy schlimm. Richtig schlimm. Deswegen habe ich da ja auch darauf reagiert und Videos zugemacht. Dann hat sie ja gegen mich gehetzt in dieser einen Reaction. Gut, und jetzt war halt das mit dem Computerspielpreis. Abgesehen davon ist die mir echt egal. Also, wenn Dekadent da nicht drauf reagiert hätte, wäre das auch niemals so groß geworden. Weil ich wollte dazu auch kein eigenständiges Video machen. Da dachte ich mir auch, dass es irgendwie sinnlos ist. Einer Meinungsverschiedenheit ist das im Influencer-Business nichts Ungewöhnliches. Da wird viel... Da wird... Wir werden viele Aussagen zusammengeschnitten aus langen Videos. Also, da geht es dann auch um die Frage... Ich habe eine Zeitreise gemacht. Es ging damals um die Frage Hogwarts Legacy. Dann Transrechte, Menschenrechte. Dann... Also, alles Mögliche. So. So. Es geht da um eine sehr, um eine sehr, um eine sehr, in Anführungsstrichen banale Sache und gleichzeitig um eine sehr nicht banale Sache. Es geht auf der einen Seite um ein Videospiel und auf der anderen Seite geht es um Menschenrechte. Und die Sachen werden so erheblich verbunden und ihr kennt ja meine Position dazu. Ich glaube nicht, ich persönlich glaube nicht, dass du Menschenfeind bist und transphob, weil du Harry Potter Legacy gespielt hast. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass man sich da in Argumentationen verrennt, die eine Sinnhaftigkeit infrage stellen. Und deswegen... Aber das ist nur meine Position. Da kann andere Leute haben andere Position. Mein Take. Andere Leute, andere Takes. Und in diesem Zusammenhang gab es wohl einen heftigen Disput. Da wurden fucking drei Ansagevideos hochgeladen, die sich am Ende wirklich darauf schließen lassen, dass beide sich nicht riechen können. Und das ist ja in Ordnung. Nochmal. Wenn die sich nicht leiden können... Ja gut, aber dazu erstmal. Also ich meine, also ich habe ja zwei Videos erstmal zu der Thematik gemacht, zu diesem Livestream. Ja, dazu muss man halt sagen, das Ding ist, also sie hat ja auch wirklich eine, ich glaube drei Stunden, oder, ging ihre Reaction da drauf. Und ich habe wirklich, also ich mache das halt immer so. Ich packe halt den Livestream bei Premiere rein und dann schneide ich mir halt die einzelnen Takes raus, zu denen ich was sagen möchte. Und es sind halt ungelogen 60 Stück am Anfang gewesen. Also ich hatte 60 Aussagen von ihr, die, wo ich halt irgendwas zu sagen wollte. Deswegen sind zwei Videos geworden. Also wenn der Livestream jetzt so eine Stunde gegangen wäre und ich hätte nur 20 Aussagen gehabt, wäre es halt ein Video gewesen. Aber 60 Clips in einem Video. Ich meine, die beiden Videos gehen ja, glaube ich, auch so 25 Minuten. Das wäre halt, also es wäre halt ein 50-Minuten-Ding geworden, ne? Das ist dann zu viel. Ja, so viel Zeit, da lohnt sich gar nicht, das in ein Video zu stecken. Dann nehme ich zweimal die Klicks mit. Und ich habe dann sogar noch Clips rausgelassen, weil ich mir so dachte, okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich mache nur das Krasse rein. Ich bin jetzt auch kein Sympathisant von weder der einen noch dem anderen. Mir ist das einfach, ich habe damit nichts zu tun, so. Aber es ist nichts Ungewöhnliches für mich, ja? So, es ist nichts Ungewöhnliches für mich. Dass man, dass man sich nicht leiden kann. Also, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man mich nicht leiden kann oder dass sich andere Leiden nicht leiden können. Im Leben da draußen ist es immer so, dass wenn ihr Leute, auf ihr Leute trefft täglich, werdet ihr nicht leiden können oder leiden können. Das hier ist ja einfach nur ein bisschen Drama. Und dann gab es die Krux. Und da ist das Ganze entstanden. Und dann kam der Computerspielepreis. Und ich habe das gar nicht realisiert, bis es eigentlich zu spät war. Zu dem Zeitpunkt, als der Computerspielepreis verliehen wurde, wurde ich kurz danach in meinem Chat von den einen oder anderen Dramafrog darauf angesprochen. Sag mal, wie findest du das eigentlich, dass ich so einen Computerspielepreis gekriegt habe? Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte, ja gut, vorher, ich habe kurz geguckt. So, hä? Bin jetzt aber gar nicht, bin gar nicht so reingegangen. Bis mir klar wurde. Warte, einer hat hier geschrieben, welche Rolle spielt es denn in diesem Beef? Richtig keine. Ja, aber er darf doch trotzdem seine Meinung dazu sagen. Also ich weiß nicht, wenn du ein Zuschauer von KuchenTV bist, der seit Jahren zu alles und jedem seine Meinung sagt, egal wie wenig er damit zu tun hat, ist es dann doch komisch, das im Chat zu lesen, dass der hier lieber nichts sagen sollte, weil er kein Teil davon ist. Holy shit, darum geht es ja. Es geht darum, dass in den Augen von KuchenTV und in den Augen von MontanaBlack jetzt auch wohl Shuyoka diesen Computerspielepreis nicht verdient haben soll. Und ich war die ganze Zeit irritiert. Und jetzt kommt ihr sicherlich zu dem Punkt, der Grund, warum das so lange gedauert hat, ist, dass es hier gar nicht um den Computerspielpreis geht, bis ich das gecheckt habe. Sondern es geht eben um die Antipathie. Und jetzt will ich mal einen Hot-Take machen, den der ein oder andere von dem... Junge, Jambalaya, Tierdreißer. Digga, ihr verwöhnt mich heute ja richtig mit Subs, ey. Da muss ich nachher doch keine Funflaschen mehr sammeln. Mega. Dankeschön. Ja, ich will natürlich kurz den Karl machen. Also tut mir natürlich leid, falls ich damit jetzt jemanden angegriffen habe. Ich wollte einfach nur so einen plumpen Witz machen. Mir ist natürlich klar, dass einige Leute keine andere Möglichkeit haben. Und das ist doch doof. Ich wollte jetzt halt wirklich niemanden irgendwie damit angreifen, der aus welchen Gründen auch immer wirklich das machen muss. Und das tut mir auf jeden Fall leid. Das will ich nur mal sagen. In Zukunft werde ich da noch mal drauf achten, das irgendwie vernünftiger zu machen. Die betroffenen Personen, das betrifft Karl, das betrifft Monte und das betrifft Kuchen. Jetzt ganz einfach mal, ich will den einfach mal nach vorne bringen. Also wenn ein Preis verliehen wird und wenn eurer Meinung nach oder der Meinung von Monte und Kuchen nach ein Preis an jemanden verliehen wird, der den nicht verdient haben soll, wäre es nicht vollkommen viel produktiver, den Preisaussteller in den Fokus zu nehmen, wenn man der Meinung ist und nicht den, der den Preis bekommt? Ja, ich finde es halt schwierig auf jeden Fall. Weil an sich hat er natürlich recht. Also die Preisverleiher haben ja Schuld daran, wenn sie diesen Preis an diese Person gegeben haben. Das schon. Das Problem ist aber, dass ich ja zum Beispiel in dem Video argumentiert habe, warum sie es nicht verdient hat. Also ich muss ja Gründe geben, warum ich es verkehrt finde, dass sie den Preis verdient hat. Natürlich geht es dann um Shoyoka, weil ich ja Gründe geben muss, warum gerade sie den Preis nicht verdient hat einfach. So, natürlich, ich kritisiere ja im Grunde den Computerspielepreis. Ich sage, ey, ihr habt es halt einer Person gegeben, die es nicht verdient hat. Und das sind die Gründe, warum sie es nicht verdient hat. Ich meine, anders könnte ich es halt nicht kritisieren. So, wenn ich jetzt ein Video mache, warum Bayern zu Unrecht Meister ist. Ja, das macht keinen Sinn. Ja, das wäre irgendwie doof. Aber Bayern ist Meister übrigens, ne? Mega. Ja, nein, ich wollte für die Cakeness ein Bayern-Trikot anziehen. Ich habe es vergessen. Verdammt. So, aber es geht ja gar nicht anders. Ich muss ja dann quasi auch die Person dafür kritisieren. So, das ist ja die Problematik einfach. Weil, wenn du, du der Meinung bist, hey, ich denke, dass die Organisation den Preis irgendwo hingegeben hat, wo er nicht sein soll, ist es doch total kontraproduktiv, die Person, die ihn bekommen hat, dafür anzugreifen. Weil, geht es jetzt hier um die Verschwörungstheorie, dass die den, dass die sich da hochgekauft hat oder dass die sich das, was ist denn jetzt der Take? Naja, der Take ist, dass sie den Preis einfach nicht verdient hat, aber ihn halt bekommen hat. Das ist der Take. Und ich meine, also hochkaufen halt logischerweise nicht, aber das habe ich auch schon im Video gesagt. Also einer von der Bubble ist da erstmal in der Jury. Schon mal sehr komisch. Für wen hat die wohl abgestimmt? Äh, also weiß ich natürlich nicht, aber ich kann es mir natürlich denken, so. Ähm, und ich meine, weiß nicht, der Preis für Spielerinnen oder Spieler des Jahres wird seit vier Jahren vergeben und dreimal gewinnt jemand aus der Hand-of-Blatt-Bubble, ist auch komisch. Das sind jetzt nicht die einzigen Gamer. Okay, man muss natürlich zugeben, dass Hand-of-Blatt und Gnu haben den auch verdient, auf jeden Fall safe. So, aber Shoyoka wirkt da halt schon so ein bisschen wie, nein, nein, unsere Bubble nimmt den Preis halt mit, ne, weil die da halt sehr verbunden sind anscheinend. Und, ähm, das zum Beispiel ist halt eine Sache. Ja, und es geht einfach darum, halt zu kritisieren, dass er den Preis gewonnen hat. So ist doch... Ich weiß jetzt noch nicht, worauf er hinaus will, um ehrlich zu sein. Der Take ist doch vollkommen komisch. Wenn du als Influencer der Meinung bist, dass die, die Batterie von... Genau, ja, ich höll rum, weil ich hätte lieber den Preis tatsächlich. Äh, und ich gönne das deswegen nicht, ja. Weil, also ich muss sagen, also weniger Gamer als Shoyoka bin ich auch nicht. Wir können ja einfach mal gucken. Gucke gerade mal hier auf der Twitch-Statistik-Seite, können wir einfach mal schauen. Bei Games machen wir mal. Ja, also so wenig Gamer als Shoyoka bin ich auch gar nicht. Wie ihr sehen könnt, ist halt nur 70,4% Just Chatting. Ich hab ja auch mal 7%, hab ich auch mal früher League of Legends hier gespielt. Ich mein das aber lieber weg. Wir können ja auch mal gucken hier im letzten Jahr. Irgendwie mal gucken mal so. Wie mach ich das jetzt? Ne, warte, wir haben ja letzte 365 Tage. Steht da nicht. Kann er gar nicht machen. Aber wir sehen's ja hier. Also ich hab halt gezockt. 360 Stunden Just Chatting und so... Ja, 8 Stunden Gaming. Also ich finde schon, dass ich den Preis für Spieler des Jahres verdient hab. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also der Genshin Impact-Stream, der ja auch gar nicht bezahlt war. Sondern weil ich einfach auch Bock auf das Game mal hatte. Muss man halt schon sagen, finde ich, wäre legitim. Aber naja. Dankeschön an Sellerie und FLX für die Subs. Vielen Dank für eure Unterstützung. Von Preis-Nominierten. Jemand anders hätte nominiert werden können. Oder nochmal jemand anders hätte gewinnen können. Dann richtet sich doch deine gesamte Aufmerksamkeit auf den Preis. Und auf die Preisvergeber. Aber doch nicht auf den oder diejenigen, die den bekommt. Ja, doch. Und da komm ich über... Ja, also wie gesagt, natürlich muss ich halt die Person dann kritisieren, die den Preis gewonnen hat. Weil ich ihr zeigen möchte, warum sie zu Unrecht nominiert ist. Ich mein, wie hätt ich das Video denn sonst aufbauen sollen? Was hätt ich denn sagen? Okay, man kann halt natürlich die Jury dafür kritisieren, dass sie Shoyoka überhaupt vorgeschlagen haben. Und natürlich halt ist auch die Frage, wie viele dann wirklich für ihr gestimmt haben. Weil das Ding ist, es gab ja auch einen Jury-Vote. Ich weiß nicht, wer wie viel Prozent davon zum Beispiel jetzt für Shoyoka gestimmt hat. Das kann ja auch sein, wenn irgendwie 80 Prozent der Community für Shoyoka war. Aber nur vielleicht 32 Prozent der Jury, dann hätte sie vielleicht trotzdem gewonnen. Ich weiß nicht, wie das da ist. Und natürlich muss ich sie damit reinnehmen. So, wie gesagt, weil ich ja Gründe zeige, warum sie es meiner Meinung nach nicht verdient hat, diesen Preis zu gewinnen. Was anderes macht gar keinen Sinn. Über dieses Argument komme ich nicht hinweg. Ich verstehe nicht. Ja, stimmt. Außerdem ging es halt auch noch um den Umgang mit der Kritik, der auch ein großer Teil des, also den Cake News auf jeden Fall war. Wie es hier um Shoyoka gehen kann. Also, how the fuck? Die Frau hat einen Preis bekommen. Und hat den deswegen bekommen, weil sie da, also was ist denn das Argument dann da? Da kann man ja den ganzen Tag sagen, sie hat den nicht verdient, sie hat den nicht verdient. Aber wie soll sie das denn jetzt, wie, was ist denn jetzt die Erwartungshaltung? Hä, verstehe ich nicht. Naja, Digga, was hat das mit Erwartungshaltung zu tun? So, Bruder, ich bin halt Meinungsblogger und ich sage meine Meinung dazu. Ich habe in dem Video, also ich habe eigentlich, eigentlich war es ja auch nur ein Cake News. Ja, das muss man dazu sagen. Und alles, was ich gesagt habe, ist, sie hat es nicht verdient. Ja, dass da Monte drauf reagiert und dann dekadent. Ja gut, das kann ich ja nicht wissen. Dann fronte ich natürlich dekadent. Ist klar, dass ich da drauf haue. Was sonst? Videotechnisch drauf haue. Ja, bitte nicht Bandtwitsch. So, das ist klar. Und ja, mein Argument war einfach, sie verdient den Preis halt nicht. So, also ich weiß jetzt nicht, was der Inhalt davon ist. Also, wenn ich jetzt jemanden kritisiere, muss ich denn immer so ein, also muss ich immer das, das, wie sagt man, muss ich jetzt immer was damit bewirken wollen? Ich wollte einfach meine Meinung sagen. Ich wollte einfach meine Meinung sagen, dass Shoyoka das nicht verdient hat. Mehr wollte ich gar nicht. Sie kann doch ganz normal weiter streamen. Die kann doch von mir aus nächstes Jahr wieder gewinnen. Finde ich natürlich wieder nicht gut. Aber das kann doch einfach meine Meinung sein. Ich meine, er macht ja auch voll viele Reaction, redet doch auch über alles. So, was willst du denn damit bewirken? Ich verstehe nicht, worauf er hinaus will. Also, es wirkt halt so, als ob er Einfachheit, vor allem mich, aber auch natürlich irgendwo Monte so ein bisschen kritisieren möchte mit der Thematik, aber selber also keine wirkliche Aussagekraft hat. Das Argument, das Hauptargument sollte doch sein, der Computerspielpreis vergibt Preise anhand von Dingen, die da falsch laufen. Und nicht, sie hat sich das bekommen und deswegen ist sie der Feind. Ich verstehe das nicht. Und ich habe das auch ganz, ich habe ganz lange gebraucht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, weil da so viel Antipathie der Person gegenüber ist, dass das Video eben nicht heißt Ansage gegen Computerspielpreis, sondern es geht immer nur um Shoyoka. Und ich verstehe nicht, wieso. Naja, Digga, natürlich schreibe ich da Shoyoka. Also erstmal Computerspielpreis ist für einen Titel viel zu lang. Das ist schon mal das Erste, gerade bei den Cake News, weil ich schreibe ja zwei Themen rein. Und das Thema ist ja trotzdem, Shoyoka gewinnt diesen Preis. Ich verstehe halt, also das ist ja so ein schlechter Punkt von Stay. Also wenn das alles ist, was er jetzt zu kritisieren hat, das check ich nicht. Und es geht ja auch nicht nur stumpf um, ja, C, C, D, C, P, checkt aber auch keiner. Den Preis kennt doch keiner. Man muss da ja auch mal ein bisschen klug denken, ja, bei der Titelwahl. Ich verstehe nicht, wieso. Weil Antipathie hin oder her, und das kann man ja haben, aber die hat sich den Preis nicht selber verliehen, Digga. Sondern jemand anders hat aus Gründen, die man in Frage stellen kann oder nicht in Frage stellen kann, den Preis so verliehen. Und dann sollte man die ganze Zeit da reingehen. Und dann sollte man in Frage stellen, welche Jury hat das vergeben? Wo kann man das machen? Und mit einem Hauptfokus und nicht mit einem Nebenfokus. Ich habe in einem Video... Ich finde nicht, dass er einen Punkt hat, weil wie gesagt, natürlich kritisiert, also natürlich, ich erzähle ja im Video nur, warum sie den Preis nicht gewonnen hat. So, und wie gesagt, das war ja auch nur, das darf man auch nicht vergessen, es war ja eigentlich nur ein kleines Cake-News-Thema. Ich habe das ja einfach ganz normal zusammengetragen. Ich habe gesagt, sie hat den Preis verdient, sie hat den Preis bekommen, meiner Meinung nach hat sie nicht verdient. Äh, das waren die anderen Nominierten irgendwie ganz kurz, das war's. Also es ging ja gar nicht darum, sie jetzt großartig fertig zu machen, sondern ich habe nur kurz zusammengetragen, hey, sie hat den Preis gewonnen, ich finde, sie verdient das nicht. Dann hat der Monte drauf reagiert und dann hat Dekadent eine 28-Minuten-Reaction auf dieses eine Thema gemacht, wo er natürlich dann 28 Minuten Shoyoka verteidigt hat. Und ich habe natürlich nochmal drauf geantwortet, weil Dekadent halt einfach meiner Meinung nach sehr schlechte Takes gebracht hat. Und das war's. Also ich wollte das Thema ja nicht mal so groß machen, sondern man muss ja sagen, das gesamte Video, was ich gemacht habe, also das Richtige, da ging es ja um Dekadent, der Shoyoka verteidigt hat, aber das schlecht gemacht hat. Also im Endeffekt hat Dekadent das Ganze in den Fokus gerückt, weil ich hätte sonst gar nichts mehr dazu gesagt, zum Beispiel. So, und natürlich, wenn Dekadent dann die ganze Zeit Shoyoka irgendwie verteidigt mit ja, die macht doch hier Streams und ihr seid alle hier doof und mag und mögt Frauen einfach nur nicht. Natürlich muss ich dann auf die Punkte eingehen und natürlich geht es dann um Shoyoka. Jo. In einem Satz gehört, also, da wird ja schon eine Weile debattiert, ob der Preis da nicht auf Vitamin-B-Basis vergeben wird. Aber das war ein Nebensatz. Und es geht die ganze Zeit nur um diese Person und ich denke, what? Warum? 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 Ich kann's nicht, das habe ich einfach nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. So, und unter diesem Augenmerk entsteht da natürlich der Fadebeigeschmack, dass es sich hier ausschließlich um einen Angriffsbezug handelt, den man aufbringt, um weiter gegen die Person vorzugehen. Die hat einen Preis bekommen, die hat den nicht verdient. Digga, was ist das denn für ein Quatsch? Also, ich kann's halt nur nochmal sagen. Es war ein kleines Minithema in den Cake News. In die Cake News packe ich halt alles rein, was ich an News habe. So, da weiß ich, ja, da kritisiere ich auch öfter Leute. Wenn halt irgendwas passiert, der Computerspielepreis und also Sugar hat den ja gewonnen, das ist halt ein YouTube-Deutschland-Twitch-Thema. So, natürlich kann ich das kurz reinnehmen. Also, wie gesagt, dieses große Video war ja nicht geplant. So, ich wusste ja nicht, dass Dekadent da plötzlich wieder drauf reagiert. Also, ich habe das Thema doch gar nicht groß gemacht. Ich habe da ganz kurz mal meine Meinung zu gesagt. Das war's. Das hat sie... Und dann geht's also wirklich in einer Batterie, ja, in der man... sich dann vielleicht unter Umständen nicht wundern sollte, dass der ein oder andere die Frage stellt, how the fuck ist das denn so toxisch? Also, so richtig toxisch. Oh, ich hab... Also, keine Ahnung. Und dann gibt's eine Reaktion von Karl. Und was... Und das Problem bei... bei Dekadent ist... Warte, ging's jetzt die ganze Zeit nur um dieses Cake News, oder was? Dass er schon zu lange und zu selbstverständlich Monte immer mal wieder in seinen... in seinen Front mit einbindet. Ich weiß, dass er selber aus dem Podcast... Warte mal, ich dachte, wir haben jetzt über die ganze Thematik geredet. Also, auch über das Dekadent-Video. Also, hat er jetzt gerade wirklich 15 Minuten ungefähr. Gucken wir das Video schon. Er hat also wirklich 15 Minuten gesagt, dass es ja voll doof ist, was ich mache, weil ich eine News zusammengetragen habe. Also, es ging gar nicht um das Dekadent-Video. Oder er hat einfach alles zusammengepackt, das weiß ich nicht. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was er zu Dekadent sagt. ...Cast, und ihr wisst das sicherlich auch. Aber, ähm... Es ist... Es ist zu normal geworden, für ihn wahrscheinlich, Monte in Front mit... reinzubringen. Was er halt sagt. Dann sagt er, oh ja, ja... Die typischen Monte-Memes halt, ja. So, das ist passiert halt. Scheiß drauf, Digger. Das hier... Frauen sind wie Hunde. Weißt du, das ganze... Das ganze Programm, ne? So. Und das Problem ist natürlich, und das kann ich verstehen, im Eröffnungsvideo von Kuchen... Oh Gott, ich habe dieses Video gesehen, ne? Ich habe so viele Videos gesehen. Im Eröffnungsvideo von Kuchen wird eine Stelle eingebunden, in der Karl die Frauenfeind... Ähm... Die Frauenfeind-Argumentation macht. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für Menschen, die sich darauf berufen, um, dass sie das nicht auf Basis des Geschlechts machen, sondern auf Basis von konstruktiver Kritik. Und dieses Argument kannst du dir nicht nehmen, nachvollziehbarer Weise. Will ich auch gar nicht. Es geht darum, dass das einfach eine low-hanging fruit ist, die man in ihrer Argumentation nicht aufgreifen muss. Es gibt so viele Punkte. Ja, vor allem also auch dazu. Ich verstehe auch nicht... Also, Dekadent ist ja wirklich einfach so rausgekommen. Er hat quasi wirklich gesagt, wir machen das nur, weil sie eine Frau ist. So, ich weiß nicht. Ich habe auch schon Videos über den Web-Videopreis gemacht. Ich weiß nicht, ob die noch online sind. So. Ja, hier, guck mal. Web-Videopreis 2017. Mach dich nicht lächerlich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer da gewonnen hat, aber da habe ich zwölf Minuten lang kritisiert, wer da gewonnen hat, nominiert ist. Und ja, da habe ich bestimmt auch mal eine Frau kritisiert. Aber dadurch, dass die meisten Influencer männlich sind, gehe ich mal davon aus, dass ich auch viele Männer da kritisiert habe. So. Mir ist doch das Geschlecht vollkommen egal. Also, ich weiß immer nicht, wie man darauf kommt, warum das ein Punkt sein sollte. So, das könnte man halt vielleicht sagen, wenn man wirklich gar keine Argumente hat und einfach jemanden aus Prinzip irgendwie hast. Aber selbst dann wäre es ja immer noch eher die Person als das Geschlecht. Also, ich verstehe nicht, warum das heutzutage von der Bubble immer so in den Vordergrund gerückt wird. Vor allem, ich habe wahrscheinlich auch mehr Videos gegen Männer gemacht als gegen Frauen. Die man erwähnen kann. Im Umgang mit Montana Black und auch mit Kuchen. Vielleicht auch kritisch erwähnen kann. Vielleicht auch erwähnen kann, die bezogen sind auf die Aussagen, die sie da tätigen. Es ist vollkommen okay. Ich weiß nicht genau, und das ist der Angriffspunkt, der dann gemacht wurde, warum man dann diese Sexismuskarte spielen muss. Weil das logischerweise als, der hat uns sexistisch genannt, aber wir haben letztes Jahr, das letzte Mal, genug unterstützt. So. Oh, es ist so eine, es ist so viel aufgebauscht wegen so wenig, ne? Crazy, crazy. Ich will jetzt hier mal ein bisschen Madeira 2.0, ähm, Madeira 2.0 machen. So. Erstens. Die Videobezüge auf Shuyoka bei einem Preis, den sie sich selber nicht verliehen hat, sind komplett verloren. Bruder, das Video sollte nicht heißen, oder die Videos sollten nicht Bezug nehmen auf Shuyoka, die Videos sollten nicht Bezug nehmen darauf, dass sie der Feind ist, sondern die sollten darauf Bezug nehmen, dass es hauptsächlich... Ja, aber sie ist doch auch nicht der Feind. Also, keine Ahnung, ich hab ja diese News nicht gemacht, um jetzt irgendwie mit dem Finger auf Shuyoka zu zeigen, sondern sie hat halt den Preis gewonnen. Also, weiß ich nicht, natürlich schreib ich da, also natürlich schreib ich da Shuyoka in den Titel. Also, auch logischerweise, alleine für die Klicks ist ja auch so. Also, wenn ich jetzt schreiben würde, der Computerspielepreis, unfairer Gewinner, oder so, oder Kritik am Computerspielepreis, Digga, da würde keiner draufklicken. Und Shuyoka hat den Preis ja gewonnen. Also, es ist ja auch, theoretisch ist es ja auch kein Clickbait. Es kommt ja auch genau so drin vor. Wenn es darum geht, hey, dieser Computerspielpreis hat seinen Wert verloren, wir müssen eine Alternative schaffen, lass uns über die Jury reden, lass uns über die Ausstattung reden, lass uns den Fokus darauf legen, damit es nicht super toxisch wird. Und es wurde leider super toxisch. Man kann ja mit den Meinungen und den Positionen... Ja, Digga, aber guck mal, das mit dem toxisch... Also, ich weiß nicht, das Ding jetzt... Also, jetzt mal wirklich Real Talk. Also, den Schuh ziehe ich mir garantiert nicht an. Ich hab auch generell keine Schuhe an. Ich fahr ja Schuhe nicht so. Aber das ziehe ich mir auf gar keinen Fall an. Derjenige, der es toxisch gemacht hat, ist Dekadent gewesen. Mit seiner Reaction zu uns, wo er die ganze Zeit gegen uns geschossen hat. Nicht so objektiv geschossen hat, sondern der uns die ganze Zeit angegriffen hat, mit wir sind Sexisten und was er nicht noch alles gesagt hat. Wenn Dekadent diese Reaction nicht gemacht hätte, was hätte es dann gegeben? Mein Cake News und eine Reaction von Monte. Das war's. So, Dekadent hat dann eine komplette Reaction gemacht. Darauf hab ich ein Video gemacht. Darauf hat Monte wieder reagiert. Also, die Person, die das Ganze groß gemacht hat, ist einfach Dekadent. Der mehr als die Hälfte der Videos sind nur dadurch entstanden, dass Dekadent da unbedingt was zu sagen musste, was nicht mal gut war. Dieser Person nicht übereinstimmen. Ich stimme mit vielen Meinungen und vielen Positionen von unterschiedlichen Leuten nicht überein. Cool. Antipathie ist sicherlich auch im Spiel. Auch cool. Kann man nicht ändern. Aber in diesem Fall hab ich das Gefühl, dass die Antipathie, die im Hintergrund agierte, aufgrund der vorherigen Ansagenvideos, hier einfach nochmal in entscheidenden Einfluss darauf gestellt haben, die den Computerspielpreis als Award auszuklammern und nicht in Frage zu stellen, wie die ihre Preise vergeben und eventuell das zu kritisieren. Wenn das im Hauptmaß passiert wäre, was es nicht ist, meiner Ansicht nach, Ich weiß nicht, ich fände das immer noch nicht schlimm. Also keine Ahnung, ich sehe das Ganze immer noch so, dass ich natürlich argumentieren muss, warum sie es halt nicht verdient hat. Ich will immer noch irgendwie das Bayern-Beispiel bringen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Video machen würde, warum die Bundesliga unfair ist oder so, das macht irgendwie keinen Sinn. Wie mache ich das, Digga? Nö, ich kriege das nicht hin. Aber wie gesagt, natürlich muss ich das Thema damit reinnehmen. Wäre das vielleicht gar nicht so ein Problem. Aber aufgrund des Fokus der Antipathie... Ich meine, es ist ja egal, wie der Preis verliehen wird oder nicht. So, es geht ja wie gesagt einfach darum, dass sie es halt aus konkreten Gründen einfach nicht verdient hat, für den Preis nominiert zu sein. So, und natürlich, man kritisiert ja automatisch halt so ein bisschen den Preis. Aber was soll ich sonst in den Videos... Also, ich muss ja schon erklären, warum sie den Preis nicht verdient hat, sonst würde das keinen Sinn machen. Wenn ich jetzt nur sage, ja, Shoyoka hat das gewonnen, das finde ich nicht gut, weil guck mal hier, dieser Computerspiele-Preis, der ist, ähm... Der wurde bei ihr wegen Politik vergeben, sonst war nur Gamer nominiert. Das ist schon mal doof, weil was wertet man jetzt mehr? Also, für was soll die Jury voten? Du kannst da nicht... Okay, der eine ist FIFA-Weltmeister, ist das jetzt mehr wert als ne... Als ne politische, äh... Als so politische Arbeit, die du halt machst. Du kannst es ja gar nicht miteinander vergleichen, also schon das macht alleine gar keinen Sinn. So, weil theoretisch würde jeder sagen, unabhängig von Shoyoka, dass gute politische Arbeit wichtiger ist, als Weltmeister in FIFA zu werden. So, schon mal das hat mal keinen Sinn. Dann die Jury und so weiter. Ja, safe gibt's da halt zwei, drei Punkte, die man kritisieren kann. Aber insgesamt muss ich ja trotzdem... Und da muss der Hauptfokus ja darauf sein, zu zeigen, warum es Shoyoka nicht verdient hat. So, weil ich ja damit dann quasi zeige, dass der Preis hier echt unfair vergeben worden ist. Weil das sind ja die Punkte, das ist ja das, worauf ich hinaus möchte. Partie Shoyoka gegenüber wurde da wieder eine erhebliche Sache draus. Und das muss man leider sagen. Und ich habe mir die dreckige Mühe gemacht, auch durchzulesen, wie auf diesen Preis reagiert wurde. Bruder. Bruder. Da das ja auf Twitter announced wurde, kann man sich schon vorstellen, dass die betroffene Person oder die Gewinnerin nun nicht wirklich im Umgang mit der Resonanz positiv erwähnt wurde. Es wurde eigentlich die... Es war nur die da. Guck mal. Es wurden Geisteskrankheiten unterstellt. Das war in einem Maße normal, in der man nachvollziehen kann, dass man, wenn man das erhält oder dass man geschrieben bekommt auf dieser Plattform, dass das nicht positiv aufgenommen wird. Und bei aller Liebe, und ich habe ja selber die Entscheidung getroffen, Social Media außen vor zu lassen. Ja, wie gesagt, also, ja, es ist halt natürlich Twitter safe, ne, Twitter ist natürlich toxisch, das finde ich per se auch nicht gut, natürlich. Ne, und Beleidigungen und Bedrohungen und so weiter und irgendwelche Vorwürfe sind natürlich nicht cool, das muss man natürlich dazu sagen, egal gegen wen. Ne, das sollte man natürlich lassen, aber... Ähm, das sollte man natürlich lassen, aber... Ich sag mal, dass es dafür Kritik gibt, ich sag mal, da hat Shoyoka aber auch einfach selber Schuld dran. So, weil, keine Ahnung, also natürlich, sie ist jetzt vielleicht irgendwo ein bisschen mehr im Fokus, auch gerade, weil halt jetzt gerade auch Monte drauf reagiert hat, ich mach Videos dazu, Dekadent und so weiter, ne, also es wird grad schon viel über sie geredet, ne. Auch vorher war sie aber wegen der, wegen der Thematik nicht beliebt und man muss ja einfach sagen, das ist ja bei mir auf Twitter zum Beispiel auch so, dass ich da nicht beliebt bin, so, und das hab ich mir also theoretisch auch ein bisschen selber zuzuschreiben, mit dem, was ich mache. Ich könnte ja auch irgendwie sympathischer wirken, vielleicht, aber ich, äh, mach da gerne komische Posts, einfach, weil ich's lustig finde. So, und, äh, Shoyoka wird auf Twitter einfach sehr krass kritisiert, weil sie halt auch, sie ist super krass von sich selbst überzeugt, sie nimmt keine Kritik an, sie ist super arrogant, ähm, sie zeigt mich an, obwohl sie selber die ganze Zeit Rufmord gegen mich begeht und solche Sachen. So, und natürlich ist sie dann halt nicht beliebt und natürlich kriegt sowas dann deutlich mehr Kritik. So, weiß ich nicht, das ist genauso, auf Twitter wurde auch Mainz dafür gefrontet die ganze Zeit, dass sie, äh, Dortmund nicht haben gewinnen lassen. So, so als Beispiel, es wird halt da alles kritisiert, jeder ist da irgendwie wütend, gerade wenn, ähm, wenn man irgendwie ne, ne Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Ähm, man muss mental echt ganz schön viel abkönnen und ich kann nachvollziehen, wenn man das eben nicht kann. Ja, ich hab selber die aktive Entscheidung getroffen, mir die Scheiße nicht mehr zu geben. Ich kann jedem nur empfehlen, gebt euch scheiße Twitter nicht mehr. Doch. Und für die Leute, die es noch tun, das ist das Ergebnis. Twitter ist toxisch, aber es ist eben nur noch toxisch. Es ist eben zum großen Teil über, also zu einem überhängenden Maße nur noch Antipathie. Leute, die ihren meistgehassten Influencern aus unterschiedlichen Gründen unbedingt mit einem anonymen Profil zeigen wollen, dass sie deren Mutter gefickt haben. Oder, dass sie Hurensöhne sind. Oder die schlimmsten antisemitischen Beleidigungen, die schlimmsten menschenfeindlichsten beleidigen. Alles, was einem einfällt. Twitter ist das letzte Überbleibsel des Internets von 2002, 2004, wo alles jedes Mal immer wieder geschrieben wurde. Nichts wird dagegen gemacht. Es wird... Ja, safe. Aber da hat er an sich auf jeden Fall erstmal recht. Ne, da würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen. Ja, er übertreibt ja ein bisschen. Also ich bin ja selber... Ich bin ja bei Twitter wieder entbannend. Am Anfang dachte ich auch so, ach naja, ich mach vielleicht mal einen Post am Tag. Ich geh das ruhig an und jetzt häng ich fünf Stunden am Tag wieder auf Twitter. Also es nimmt einen immer ein. Und er hat schon recht. Es ist sehr, sehr toxisch. Es ist sehr, sehr, sehr krass toxisch auf jeden Fall. Ne, man liest den ganzen Tag Beleidigungen. Über alle möglichen Leute. Es wird jeder für alles Mögliche fertig gemacht und gefrontet. Ich weiß nicht, das Ding ist, ich feiere das irgendwo an Twitter, muss ich sagen. Es ist ja, wie Stay sagt, irgendwie so ein bisschen Internet von 2004. Also klar, jetzt so rassistische Sachen, antisemitische Sachen und sowas. Das geht natürlich gar nicht. Alles, was jetzt so gegen Menschenrechte und so weiter ist, hat da natürlich trotzdem nichts zu suchen. Aber so, das ist ja einfach auch ein bisschen die... Also so, jetzt abgesehen davon, aber diese Beleidigen und Leute fronten und so. Ist doch auch irgendwo lustig, so weißt du. Solange man es halt nicht übertreibt. Solange das halt, ja, bei sowas bleibt, ja. Drohungen und so weiter gehen natürlich trotzdem nicht fit. Das ist halt klar. Also ich weiß nicht, das ist halt, also, das ist irgendwie so ein bisschen wie mit Freunden. Weißt du, mit Freunden unterwegs bist, da frontet man sich auch mal oder beleidigt sich hin und her. Es ist halt einfach, ja, es ist halt einfach ein Haifischbecken, Twitter so. Und du musst halt dafür gemacht sein, ne. Und wenn du dafür nicht gemacht bist oder da keine Lust drauf hast, dann geh halt weg, ne. Also alles, was man bei Twitter macht, ist ja theoretisch seine Meinung zu posten. Na, jetzt bei Instagram geht es ja darum, sich selbst darzustellen, Fotos zu machen. Und bei Twitter geht es halt um die eigene Meinung. Und da sind halt viele Leute toxisch so. Und ich finde, solange man das nicht übertreibt, ja, ist doch cool. Aber ein bisschen mehr sollte man da auf jeden Fall gegen vorgehen, das ist klar. Es ist in keiner Form gesund für irgendeinen Verstand, sich der Scheiße auszusetzen, außer die grenzdebilen Leute, die sich unter diesem Schirm der Anonymität da vollkommen austoben können. Um auf den Punkt zurückzukommen. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass wenn ein Preis vergeben wird und sich danach hunderte, tausende, zehntausende Leute darauf stürzen und persönliche Anfeindungen loswerden. Ich weiß ja, nochmal, ich spreche hier anekdotisch auch aus eigener Erfahrung, wenn Folgendes passiert, wenn ich mal wieder irgendetwas zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt habe, was irgendwie in einem Videoclip geschnitten worden wird. Und beispielsweise, dass Andrew Tate gerne sterben kann. Stehe ich übrigens zu der Aussage, ne? Möchte ich sagen. Mir ist scheißegal, ob der lebt oder stirbt. Mhm. Diese Aussage wird geschnitten. Und. Ja, ist halt, was soll ich dazu sagen? Also das ist ja, das ist, also so eine Aussage, jemanden den Tod zu wünschen, ist halt schon sehr krass. Vor allem das ist auch so dieses, ah, guck mal, wie krass ich bin, Digga. Ja, ich trau mich hier auch sowas zu sagen, ja, geht halt nicht, ne? Wird. Also egal, ob man eine Person mag oder nicht, so, also, weiß ich nicht, also jetzt gerade Andrew Tate, so, ja, der bringt komische Takes, macht komische Sachen, so, aber deswegen muss er doch nicht sterben, so. Auf Twitter verwertet. Dann passiert ja nicht das, guck mal, was Stame. Äh, er wünscht niemanden den Tod, er sagt, es wär ihm egal. Bruder, er hat Andrew Tate Krebs gewünscht und sagt jetzt, ich steh dahinter, weil mir ist es egal, ob er lebt oder stirbt. Das heißt, er steht dahinter, jemanden Krebs zu wünschen. Okay, zugegeben, an Krebs muss man nicht unbedingt sterben, zumindest wenn du Privatpatient bist, hast du Chancen. Äh, das heißt, er steht da immer noch hinter, so. Menschenfeindliches sagt, sondern dann passiert das, dass alle Leute, die jemals eine Antipathie gegenüber dieser Person hatten, sich damit einschalten. Also es geht dann eigentlich gar nicht mehr um das Problem, sondern es geht nur noch um, um alle Probleme gleichzeitig. Sprich, der Tag, an dem... Ja. Aber da hat er grundsätzlich auf jeden Fall recht, also das ist bei mir auch so, wenn ich irgendwas sage, was in irgendeiner Art und Weise nicht korrekt ist. Also gerade auch zum Beispiel, wo mein, äh, wo mein Skandal war, Bruder, TikTok hat gebrannt, es wurden 50 Videos dazu hochgeladen, ich wurde richtig fertig gemacht von allen Seiten. Na gut, auf, auf Twitter natürlich auch. Ich mach einen Post gegen Nestle, wo ich ironisch für Nestle spreche, Bruder, ganz Twitter brennend, ich krieg tausend Posts ab und so weiter. Ja, das ist halt irgendwo das Internet einfach auch, ne? Der Tag, an dem... Shuyoka den Computerspielpreis gekriegt haben, war der Tag, an dem alle Leute mit allen Problemen, die sie mit ihr haben, sie gleichzeitig damit vollgemüllt haben. Ja, die war schon immer scheiße. Ja, die hat keine Meinungsvielfalt. Ja, und dann alles gleichzeitig. Boom. Da geht's gar nicht um den Computerspielpreis. Und das ist das Problem. Es geht nicht um den Computerspielpreis. Ich hab nicht das Gefühl, dass es da um den Computerspielpreis geht. Und es wird so erst eklatant. Und da kommen so viele Anfeindungen rüber, dass sich die Person logischerweise zurücksieht und dass Leute, die das sehen, verargumentieren, dass diese Menschenfeindlichkeit, diese Frauenfeindlichkeit, diese Transphobie und allem, was dazukommt, halt eben da ausgelassen wird. Ja gut, dass Leute, wie gesagt, halt zu krass, dann auch sie wegen irgendwas, also beleidigt haben, weil es geht natürlich trotzdem nicht fit. Das will ich nochmal sagen, auch wenn es vielleicht Twitter ist, ist natürlich trotzdem nicht okay. An sich hat er natürlich recht. Man sieht, die gewinnt und hat dann irgendwie 50 Sachen, die einem stören. Natürlich haut man die raus. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist ja auch legitim, finde ich, das halt zu machen, weil das ja alles Gründe sind, warum sie diesen Preis einfach nicht verdient hat. Ich weiß nicht, also mir ist schon klar, dass er sagen möchte, dass eigentlich der Preis an sich im Fokus stehen sollte und nicht Shoyoka. Aber zum Beispiel mein Punkt ist ja, warum sie es nicht verdient hat. Und ich meine, da bin ich ja nicht nur, also da muss ich natürlich auch Shoyoka nennen, ne? Wenn es jetzt zum Beispiel um ihre Nominierung geht, die habe ich ja auch kritisiert. So, da habe ich ja quasi das gezeigt, was der Computerspielpreis über Shoyoka zeigt und habe gesagt, ne, das stimmt doch gar nicht, was ihr hier. Was ihr gerade von euch gebt. Vor allem, ich will es einfach nochmal kurz sagen. Wir haben tatsächlich meine Peak-Viewer von den letzten sechs Monaten getoppt mit irgendwie gerade 2054, eben gerade waren es irgendwie zehn mehr. Es war nämlich vorher 1992. Leute, dafür alle mal herzlichen Glückwunsch, die gerade am Start sind. Junge, ihr seid einfach heftig. Aber ein paar mehr Subs wären natürlich cool, ne? Also natürlich Prime Subs, du müsst ja kein Geld ausgeben. Und vergesst mir nicht zu folgen, ich stream öfter mal. Als großer Content-Creator. Obwohl man sachliche Kritik hat. Und das möchte ich dazu sagen. Obwohl man sagt, hey, ich finde das nicht so cool oder ich finde das nicht so cool, dass man sehr heftig moderieren muss, um die eigene Zuschauerschaft in diese Richtung nicht gleiten zu lassen. Ich kann hier auch sagen, hey, ich finde das merkwürdig, dass der Computerspielpreis so vergeben wurde. Aber ne, ist mir das auch scheißegal. Ich kann die Kritik aber nachvollziehen. Ich finde es aber nicht cool, dass da solche Anfeindungen gemacht werden. Und ich sage das nicht nur, dass ich das nicht cool finde, sondern wenn ich das sehe und wenn ich das moderieren kann, moderiere ich das. Dankeschön, Hydra für den Sub. Das heißt, wenn irgendwer von irgendwelchen Leuten hier erhebliche Anfeindungen los wird, danach knatsche ich die auch sowas von raus. Ja gut, okay, das mache ich auch. Aber ich weiß nicht, wenn ich hier Leute sehe, die irgendwie jemanden beleidigen oder ich sage mal jetzt, also so schon beleidigen Fronten oder so, dann natürlich bandt man die. So ist klar, sowas braucht man hier nicht. Weil du willst solche Argumentationen auch nicht moderieren. Soti, danke für den Abpitz. Kleckst du, weil danke von Crime Stopp. Das ist halt das Problem. Ich muss das jetzt anscheinend alle fünf Minuten mal sagen. KuchenTV mit einer riesigen Reichweite, Montana Black mit einer riesigen Reichweite. Spionkuh, danke für den Scheiß. Es ist schwierig, in dieser Größenordnung, wenn man es alleine macht, diese Leute zu moderieren. Aber ich finde, das sollte man tun. Und da kommt dann halt eine Reichweitenverantwortung mit rein. Wenn man Videos gegen Personen macht, immer, immer, immer wieder. Wenn man auf diese reagiert. Ja, aber guck mal, ich achte doch drauf. Also, keine Ahnung. Klar, auf YouTube achte ich jetzt nicht so krass, was da drauf geschrieben wird. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber meine Erfahrung hat zumindest gezeigt, dass YouTube tatsächlich sehr gut Kommentare wegsperrt. Gerade, wenn da irgendwie Beleidigungen oder sonst irgendwas drin sind. David, vielen lieben Dank für deinen Sub. So, guck mal, ich gehe mal hier auf das neueste Video von Dekadent. So, ne? Also, was ich gemacht habe zu ihm. So, guck mal, das sind 1300 Kommentare. Sage ich euch ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch nicht die Zeit, um 1300 Kommentare durchzugehen. Und die zu moderieren. So, da gibt es bestimmt irgendwelche Kommentare, wo ich sagen würde, ja, okay, das sollte man halt lieber sperren. So, aber die Zeit habe ich halt nicht. So, und ich will auch niemandem Moderatorrechte auf meinem YouTube-Kanal geben. Weil bei Twitch sehe ich ja, was die Mods machen. Bei YouTube nicht. Die könnten auch einfach irgendwelche Fans sperren. So, das ist mir halt zu gefährlich. So, und wenn ich jetzt natürlich was sehe, wenn ich Kommentare lese, natürlich sperre ich die dann weg. Es sind aber halt, also wenn auch nicht viele. Ich gucke ja schon rein, ich lese gerne Kommentare. Nur halt nicht 1400. So, und da sind auch Kommentare gegen mich. So, die lasse ich auch, ne? Also, auch in der Zeit zum Beispiel, wo dieser TikTok-Livestream-Skandal war von mir. So, da müsst ihr auch mal in die Kommentare gucken zu den Videos, die da waren. Die konnte ja auch Marcelus Wallace in seinem Video zeigen. Also, selbst die lasse ich halt stehen. So, und Beleidigungen und solche Sachen werden ganz gut weggedings. Und hier bei Twitch zum Beispiel, äh, bei Twitch zum Beispiel lösche ich auch alles weg, was beleidigend ist. Auch wenn, keine Ahnung, einer hat vorhin auch Shoyoka irgendwie da, ähm, ja schon auf jeden Fall beleidigend angemacht. Das wird dann halt irgendwie getimoutet oder gesperrt, je nachdem wie schlimm das ist. Ganz einfach, ne? Und wenn man das kultiviert und wenn man diese Leute dann toleriert, dann wird das unter Umständen zum Problem. Genauso wie auf der anderen Seite ein Problem ist. Das ist einfach mit Aussagen, ja, die sind halt Frauenfeinde, ähm, eine low-hanging fruit zu schaffen, um die, um, um das zu verteidigen. Also, wenn Dekalent in einem Video sagt, die haben was gegen Frauen, dann ist das so, und natürlich ist es super einfach, weil das ein unbelegbarer, also ein unbelegbarer, eine unbelegbare Aussage in diesem Zusammenhang ist, weil ich das in diesem Zusammenhang nicht gesehen habe, tatsächlich nicht, und das möchte ich dazu sagen, ich habe mir alle Videos angeguckt, ich habe nicht gesehen, dass sich KuchenTV, sowohl KuchenTV als auch Montana Black in diesem Szenario Frauenfeindlich geäußert haben. Haben sie nicht. Ich hab sie nicht gesehen. Ich habe diese Äußerung nicht gesehen. Hab ich nicht. So, und ich bin nicht der Typ, ich bin nicht der Typ, der dann 200 Jahre zurückguckt und sagt, ha, Frauen sind wie Hunde, aber hat er damals und so, mach ich nicht, sondern ich gucke mir dieses Sachverhalt an und sage dann, okay, hab ich nicht gesehen. Und deswegen passiert es dann halt auch. Ja, also dazu jetzt mal, ich sehe das, ich sehe das genauso, ich sehe das anders als, ey, also gar nicht Frauenfeindlich-Spaß. Ähm, ja, ich finde es auch, also ich fand es auch dämlich, dass er das gesagt hat, so, ich sag mal, bei Karl ist halt das Problem, er kann halt da überhaupt nicht objektiv draufgucken, weil er sowohl mich auf alles hasst, also ja komplett, er wollte mich ja auch, da habe ich ja auch mal ein Video zugemacht, er wollte mich ja auch an, an die Plattform, also er hat Twitch auch wirklich angeschrieben, dass sie mich sperren sollen, er wollte auch, dass ich auf YouTube gesperrt bin, äh, müsst ihr mal gucken, da gibt's ein Video, da hat er ein Interview, mit Dekadent geführt, da habe ich dann Kuren Talks so gemacht, irgendwann letztes Jahr kam das, ähm, ja, dann natürlich auch vorher immer wieder gefrontet, fertig gemacht und so weiter, also, ne, da kam auf jeden Fall schon einiges von ihm und Monte mag er ja auch nicht besonders, das hat ja Stay am Anfang auch schon festgestellt und das Problem ist dann natürlich, dass wenn du keinen starken Charakter hast, dass du natürlich auch dementsprechend Leute immer viel, viel heftiger fertig machen möchtest, als es eigentlich ist, sag ich mal. So, jetzt zum Beispiel das mit dem, ja, das sind Sexisten, wie Carl, äh, wie, wie, ähm, wie, wie, wie es der auch schon sagt, kann er das ja gar nicht belegen, also selbst wenn ich frauenfeindlich wäre, es gibt gar keine Belege dafür, weil ich öffentlich da nie irgendwas gesagt habe, wo man sagen könnte, ja, okay, safe, der ist jetzt irgendwie frauenfeindlich. So, das heißt, er behauptet einfach was, um uns als Feindbild darzustellen und da hat, äh, Stay natürlich recht, das ist so eine low-hanging fruit, also da weiß ich ja genau, was ich sagen muss und zwar, guck mal, der will uns als Feindbild hinstellen, obwohl wir sie ja nicht deswegen kritisiert haben, weil sie eine Frau ist. Da muss ich nicht mehr überlegen, was ich dagegen sage, weil es keinen Sinn macht. So, und auch unabhängig davon finde ich, solche Fronts rauszuhauen, halt auch einfach saugefährlich, so, ne, weil ich sag mal, seine Bubble ist sowieso gegen mich und Monte, mehr gegen mich als gegen Monte wahrscheinlich, so, aber das ist ja auch das, was irgendwie hängen bleibt, sag ich mal. So, und ich meine, gut, die können mich sowieso nicht leiden, also ich glaube, auch in fünf Jahren wird kein Zuschauer von Dekadent jemals in meinen Stream kommen und sagen, Digga, Kuchen, ich feier dich einfach mega. Aber natürlich trotzdem ist das halt ein Image, was man halt mitbekommt und er hat eine relativ große Community mit so 3000 Zuschauern, 4000 Zuschauern im Durchschnitt, die jetzt rumlaufen und vielleicht die Meinung haben, ey, KuchenTV und Monte haben was gegen Frauen. Habe ich nicht, Digga, also ich bin sogar so ein Frauenfreund, dass ich noch nie was mit einem Mann hatte, weil ich Frauen, weil ich da wirklich eine Frauen beglücke zum Beispiel. Ja, was heißt beglücken, Digga, die drei Sekunden, aber ihr wisst, was ich meine. Passiert es dann halt auch sehr, sehr einfach, dass man das wegdrücken kann und logischerweise kann man das wegdrücken, weil ich glaube nicht, ich wiederhole das einfach nochmal, dass Monte ohne Kuchen sich in diesem Fall frauenfeindlich verhalten haben. Es geht hier aber auch schon lange nicht mehr um diese Sache, sondern es geht um alles, was an Antipathie da vorliegt. Ich habe das eben gerade gesagt. Das ist ein sehr langes Video, ich hoffe, das kommt noch mit. Bei Problemen, die man mit Influencern hat oder Problemen, die man mit Menschen hat, geht es meiner Ansicht nach immer um einen sehr kleinen Teil, um das eigentliche Problem, weil das eigentliche Problem nur für Leute da ist. Warte, Oxodon schreibt, kein Freund an dich, aber bin jetzt schon angesgleichen mit Zuckerfreundfeindlichkeit wegen dem Skandal, den ich da halt hatte. So, guck mal, also mal abgesehen davon, also freigesprochen so, aber nehmen wir mal an, selbst da wäre was gewesen, dann hätte ich das ja nicht gemacht, weil sie eine Frau ist. So, also selbst da, also, das ist immer so das Ding, so zum Beispiel, du machst, wenn ich jetzt bei Shoyoka, ich kritisiere Shoyoka und anstatt zu gucken, ist jetzt natürlich ein dummes Beispiel mit dem Skandal, lass das mal weg, so, oder? Aber, zum Beispiel, wenn ich jetzt halt Shoyoka kritisiere, so, und dann sagen ja, also, es wird halt immer so aus Geschlecht bezogen, so, ja, das ist nur, weil sie eine Frau ist. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Weiß nicht, wenn ich jetzt ein Dieb bin und ich beklaue eine Frau, zufällig, weil sie halt gleich, weil sie da irgendwie mit ihrer Tasche offen rumläuft, dann bin ich ja auch kein, dann ist der Typ ja kein Frauenfeind. So, weißt du, aber diese Community, egal was du machst, sobald du eine Frau kritisierst oder irgendwas machst, ja, das ist ein Frauenfeind, weil sonst würde er die Frau ja nicht kritisieren. Bam. ...die dann kommen und sagen, ja, ich fand dich schon immer scheiße. Ja, ich hab damals, fand ich scheiße. Das fand ich kacke. Und dann summiert sich so ein Haufen aus Antipathie, bei dem es schon lange nicht mehr darum geht, was jetzt eigentlich schiefgelaufen ist, sondern immer nur darum, oder zum großen Teil darum geht, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Und das finde ich einfach sehr ermüdend. Und es hat ewig gedauert und ich, ich, ich hab mich da wirklich durchkämpfen müssen, bis ich verstanden habe, was das eigentliche Problem ist. Weil ihr sicherlich, wenn ihr selber... Also, Bruder, er redet halt, er redet ja, also, er hat ja selber schon gesagt, das wird ein sehr langes Video. Also, er redet jetzt wirklich 25 Minuten mit dem Punkt, okay, es ist unnötig, uns Frauenfeind zu nennen und, äh, ja, ihr hättet eher den Spielepreis kritisieren müssen als Shuyoka. Weißt du, irgendwie, das ist aber irgendwie auch eine Sache, die mich bei mir in dem Stream irgendwie nervt oder auch nicht, keine Ahnung. Ich find so in Chatrunden und so, ich kann nicht lange bei einem Thema bleiben, weil ich würd sagen, dass ich mich schon relativ gut kurz halte, wenn ich irgendwas sage, so. Und weißt du, das Ding ist aber natürlich, wenn jetzt zum Beispiel nicht so viel im Chat los ist und wir haben ein Thema und ich rede da eine Minute drüber und das Thema ist abgeschlossen, weil ich nichts mehr sagen kann, ist immer doof. Da feier ich zum Beispiel so einen wie Stay, weißt du, der, der da wirklich zu, zu so einem kleinen Thema 25 Minuten nur zwei Punkte nennt. Das ist ja gut, ne, ist ja dann so chillig für die Zuschauer, weißt du, die gucken ein bisschen, der Stream geht länger, man hat was zu tun und ich sitz hier dann immer und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also, hat ja auch seine positiven Punkte und vielleicht wird das ja auch auf drei Minuten zusammengecuttet, ne, dann ist ja auch in Ordnung. Wenn ihr in dieser Bubble oder in dieser Thematik drin seid, ich sage mal Thematik, wenn ihr in dieser Thematik drin seid, dass ihr dann eventuell nachvollziehen könnt, Bruder, es ging um den Computerspielpreis so, verstehst du? Aber es ging irgendwie um den Computerspielpreis. Ich, ich ging, anscheinend ging es um den Computerspielpreis und ich habe da wirklich eine Weile gebraucht, weil da so viel, so viel Zorn und Wut aufeinander halt auch da ist. Wut, da ist kein Wut. Von KuchenTV, weil er die Aussagen und die Positionen von Shoyoka absolut scheiße findet. Wut von Shoyoka, die KuchenTV absolut scheiße findet. Ne, also ich finde, also ja, ist halt okay, ist jetzt ein bisschen kleinlich natürlich, aber da ist halt weder Wut noch Zorn. Also ich weiß nicht, das habe ich ja auch, also Dekalent hat das ja auch gesagt. Eher wahrscheinlich eher zum Frame, natürlich, also er sagt jetzt ja auch auf beiden Seiten, Wut ist da, finde ich halt zu ein großes Wort, weil, keine Ahnung, ich sitze jetzt nicht zu Hause und denke mir so, oh, Dekalent hat gewonnen, ich muss jetzt fronten. An sich ist es mir halt egal, ist einfach ein Thema, wozu ich halt was sagen möchte, so. Und das war es, also ich könnte jetzt mich auch hinsetzen mit Shoyoka und mit ihren Bier trinken. Natürlich ein veganes Bio-Bier aus fairer Herstellung, das ist auf jeden Fall ganz wichtig und vegan. Aber so, da ist halt einfach kein Hass und ich weiß nicht, ist von Shoyoka Hass? Oder, oder, Shoyoka ist an sich auch nicht wütend, ich glaube, die ist auch eher genervt so und denkt dann so, ja, jetzt will ich zurücktreten und macht dann halt so eine Reaction wie zu Christian Solmecke. Es ist natürlich halt irgendwo kleinlich, aber ich finde jetzt so, Wut ist immer, das klingt immer so, als ob wir uns jetzt hier so richtig emotional beleidigen, fertig machen, anschreien, so ist es ja nicht, ne? Kuchen TV, der zwei, drei Videos macht. Ja, okay, die hat mich angezeigt, aber das muss ja auch nichts mit Wut zu tun haben, ne? Karte, der darauf reagiert, Karl, der darauf reagiert, Karl, der dann darauf reagiert und dann wieder Ansagen-Videos gemacht wird. Alter, Leute. Ja gut, das ist YouTube heutzutage, muss man sagen, also das ist halt einfach echt YouTube. Das ist, und jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, da wird's halt, da wird's halt. Ich will alle mal so ein bisschen zum Chill, 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 Chill. Ich will das, ich will das Kuchen TV nahegeben, auch wenn ich deine Videos nicht gucke. Bruno, ich hab, es ist überhaupt kein Beef. Ich hab mich einfach irgendwann entschieden, das nicht zu gucken, was ich denke mal aus deiner Perspektive vollkommen okay ist. Und das ist in Ordnung, alles gut. Nein, ist nicht in Ordnung, Digga, reagiert doch wieder auf meine Videos. Was soll das? Manchmal ist das so, ähm ... Monte reagiert auch auf mich, wenn das reicht. Chillt. Ich will das Monte geben, einfach auch, weil ich glaube, dass das ... Ich hab mir ein Video angeguckt, wo er ... Ja, also er meint, ja, er hat natürlich nur die Shuyoka-Videos geguckt halt, sonst guckt er meine Videos halt nicht. Ist ja auch in Ordnung, er hat früher mal so ein bisschen auf mich reagiert. Ja, ach, irgendwann macht er das wieder. Er kann mich ja auch kritisieren, ist ja auch cool, weißt du, aber Hauptsache es wird mehr über einen geredet. Deswegen, stay. Für jede Reaction, die du auf mich machst, kriegst du 10 Euro, die hochgeladen wird. Er gesagt hat, ich glaube, das war das Reaktionsvideo, das letzte Reaktionsvideo, wo er gesagt hat, dass er da auch überhaupt keinen Bock mehr herauf hat und dass das alles ruhiger geworden ist. Und ich kann das auch vollkommen verstehen. Was, wer, 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 wer? Ich denke, das sollte man dann auch einfach preachen, schieben, das nicht zu gucken. Was ich denke mal aus deiner Perspektive vollkommen okay ist. Mal kurz zwei. Alles cool, manchmal ist das so. Chillt. Ich will das Monte geben, einfach auch, weil ich glaube, dass das, ich habe mir ein Video angeguckt, wo er gesagt hat, ich glaube, das war das Reaktionsvideo, das letzte Reaktionsvideo, wo er gesagt hat, dass er da auch überhaupt keinen Bock mehr herauf hat. Ich will nicht nochmal zurückgehen, aber er meinte jetzt, glaube ich, Monte, oder? Findest du die Position von Stay, dass er sich als neutrale Instanz sieht, richtig oder unnötig? Naja, was heißt richtig oder unnötig? Also es ist jetzt nicht so, dass er sich jetzt irgendwie als den Krassesten jetzt auftut oder wir auf ihn hören müssen. Er sagt ja einfach nur seine Meinung. Und da muss man schon sagen, ja, es ist ja schon neutral auf jeden Fall. Und ich kann das auch vollkommen verstehen. Ich denke, das sollte man dann auch einfach preachen, also preachen und auch umsetzen. Practice what you preach ist, glaube ich, das. Ja, dann lass uns chillen. Und ich muss es auch dekadent mitgeben und ich muss es kahl mitgeben als einen meiner besten Freunde, wenn nicht mein bester Freund. Und ich sage das so, wie es ist und ich mache das auch, ich will das auch öffentlich machen. Es ist halt nicht von Vorteil, Menschen von der eigenen Überzeugung oder eventuell von Punkten zu überzeugen, die man hat, wenn man diese Menschen im Eröffnungsgespräch irgendwo als Frauenfeinde deklariert. Ich weiß nicht, ob das jetzt der einzige Punkt ist, den man dann dekadent nach der Reaction kritisieren kann. Sei jetzt einfach mal hingestellt. Also ich glaube, das sind auch noch andere Punkte, wo man was hätte gegen sagen können. Dann haben wir den Salat, dann hört mir nicht niemand mehr zu. Ich glaube, dass es möglich gewesen wäre, unter Umständen zu sagen, ey Bruder, es geht hier um den Computerspielpreis. Es geht nicht um Shoyoka. Lass uns die Aufmerksamkeit von Shoyoka weglenken und auf den Computerspielpreis reden. Die Antipathie jetzt mal dahingestellt, chillt mal alle eure Ärsche. Es geht um den Computerspielpreis. Es geht nicht um Shoyoka. Es geht nicht darum. Ja, aber ich weiß nicht. Guck mal, das ist halt, also ich nehme sowas natürlich immer gerne mit, wenn es irgendwie Beef gibt und so. So, das ist ja klar. Also ich will an sich, will ich auch ruhiger werden so, aber, ja okay, was heißt ruhiger wäre, ich will natürlich weiter Leute kritisieren, aber man muss jetzt sich übertreiben irgendwie, ne. Das Ding ist so, was mir halt ein bisschen fehlt ist, also ich kann seinen Punkt natürlich verstehen irgendwo, dass halt zu viel über Shoyoka geredet ist. Also was ich annehmen würde, wäre klar, man hätte den Computerspielpreis noch ein bisschen mehr zusätzlich in den Fokus nehmen sollen, ne. Hat natürlich schon recht, irgendwie mit der Jury und so weiter das zu zeigen oder dann einen kleinen Unterpunkt wenigstens zuzumachen. Ich sag aber immer noch, dass halt Shoyoka als Hauptpunkt da zu nehmen immer noch sinnvoll ist, weil ich ja argumentiere, warum sie es nicht verdient hat. Und ich meine, ich kann ja nicht viel dazu sagen, wie der vergeben wird, außer dass ich halt dieses Jurymitglied zeigen kann. Ich hab ja auch gezeigt, warum sie nominiert ist. Das ist ja auch generell, was der Preis sagt, was die Jury sagt. Also so ein bisschen mehr, als er darstellt, bin ich auf jeden Fall schon, ne. Was mir aber fehlt ist, dass er komplett rauslässt, dass Dekadent derjenige ist, der das halt komplett in den Fokus, also dann halt wirklich groß gemacht hat. Weil, wie gesagt, ich hab ja das nur in den Cake News drin gehabt. Okay, da hat Monte drauf reagiert. Ich guck mal hier gerade, Monte Kuchen TV, ich weiß gar nicht. Ich glaub, er hat auch Shoyoka in den Titel geschrieben, oder? Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, okay, er hat das schon in den Titel geschrieben, aber dennoch ist das halt nur ein Teil der Reaction und zwar bis Minute 5 oder 4, ungefähr. Da ist dann das neue Thema, so. Dekadent war ja, wie gesagt, derjenige, der dann irgendwie, keine Ahnung, da ein 28-Minuten-Video zu hochgeladen hat, worauf ich dann halt wieder reagiert hab und so. Und ich nehm sowas halt gerne mit. Also ich hab kein Problem damit, wenn mich jetzt gerade, wenn mich ein Dekadent frontet, bin ich gerne dabei, da Videos zuzumachen, weil ich denke, da kann man schon von Antipathy reden auf jeden Fall. Sehr unangenehmer Typ, auch wenn das sein bester Freund ist. Aber das nehm ich zum Beispiel gerne mit. Und er hat das halt, also er hat dann Shoyoka an dem Fokus und natürlich muss ich zu Dingen was sagen, die er in seinem Video behauptet hat. Dass sie dafür verantwortlich ist oder irgendwas, es geht darum, dass ihr in Frage stellen wollt, dass der, siehst du, Shoyoka-Spielpreis, ich hätt's schon fast selber gemacht, zumindest wirkte es so, dass der Computerspielpreis komisch verliehen wird. Ich hätt mir gewünscht, ich hätt mir wirklich gewünscht, dass das, dass das eine, dass das das der Tenor gewesen wäre und dass man das da hin lenkt. Bruder. Es ist wieder, es ist wieder nur für alle sehr anstrengend. Nö. Ich find's cool. Sehr anstrengend für alle. Also gerade für mich und Monte sehr anstrengend. Aber es ist eigentlich für keinen anstrengend. Ich glaub, die einzige, die ihn nervt, ist Shoyoka. Weil ich weiß nicht, also wir verdienen ja auch alle Geld damit so. Ja, Monte muss eh irgendwas zum Streamen gucken. Natürlich guckt er dann KuchenTV, was sonst. Ich muss eh Videos machen und sowas kommt gut an. Also ich bin eigentlich, naja, ich feier das, keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht, das eine, was natürlich nervt, das wäre jetzt wirklich eine Anzeige kommen, man muss wieder Anwälte bezahlen, Schmiergelder an den Staatsanwalt rausgeben und so. Das nervt natürlich irgendwann nach der Zeit. Aber sonst. Anstrengend für Monte, weil der das in seinem Chat liest. Anstrengend für Karl, noch anstrengender für Karl, weil der logischerweise als kleinerer Streamer mit nur 4000 Zuschauern in seinem Stream die ganze Sache noch mehr liest. Und es ist, ich find's nicht. Ja und ich. Und? Produktiv auch. Es macht kein, es hat am Ende niemanden was gebracht und ich würde es cool finden, wenn wir die ganze Energie. Ja okay, aber ich weiß nicht sowas zu sagen, wie am Ende hat's halt niemanden gebracht. Also das ist schon wieder so austauschbar einfach. Also wenn ich jetzt auf den Kanal von Stay gehe, da gibt es halt bestimmt 80 Videos, die ich jetzt auf die Stelle finden kann, wo ich auch sagen kann, so yo bro, wozu hast du das jetzt gemacht? So es geht auch einfach halt viel um Unterhaltung beispielsweise so. Das ist halt nun mal einfach so, ne? Weiß nicht, ich unterhalte ja auch Leute einfach, wenn ich jetzt Videos zu irgendeinem Thema mache, was eigentlich jetzt nicht krass ist, sag ich mal. Sowas wie drei abgestürzte YouTuber. So, theoretisch ist ja kein Video, was jetzt, okay gut, gib vielleicht ein bisschen Wissen mit, warum YouTuber abstürzen und da macht man's vielleicht selber nicht. Aber das war's so und es gibt ja auch viele Reactions, wo du sagen kannst, so die tragen zu nichts bei. Wenn du irgendwie auf Memes oder sonst irgendwas reagierst, also die Aussage finde ich halt immer komisch. Und ich mein, zumindest da müssen wir halt sagen, wir haben uns immerhin mal damit auseinander gesetzt, dass Shoyoka diesen Preis nicht verdient hat. Was man übrigens auch ganz, das sollte man noch mal mitnehmen aus dieser Reaction auch, dass sie's immer noch nicht verdient hat, ja? Das ist nicht wichtig. In die Richtung lenken können, in der wir sagen können, der Computerspielpreis und die Methoden der Verleihung des Computerspielpreises sollten eventuell in Frage gestellt werden. Und dann kann man sagen, warum? Wie kann man's besser machen? Und wie kann man das so konstruktiv, wie es geht, formulieren? Ja, ich weiß nicht, aber das, also, das Problem ist, dass es wie mit dieser Low-Hanging Fruit mit dem Frauenfeind, was uns Sikai Dent vorgeworfen hat, das Problem ist, du kannst, also im Endeffekt den Preis so, also was soll das bringen, sag ich jetzt einfach mal. Guck mal, das Ding ist, es wurden vier Gamer nominiert und Shoyoka für ihre politische Arbeit, was, wie gesagt, das macht generell keinen Sinn, weil entweder, das ist ein politischer Preis, dann sucht ihr fünf Leute, die politisch sind, oder es ist ein Gamer-Preis, dann sucht ihr fünf Gamer, die das gewinnen. So, okay, das kann man natürlich ja kritisieren. Aber zum Beispiel auch mit der Jury und so. Ich kann ja nicht beweisen, ob das abgesprochen ist oder nicht, das weiß ich nicht. So, das Einzige, was ich halt zeigen kann, ist, dass einer von der Instinct-Bubble, da wo ja auch Shoyoka drin ist, sitzt da in der Jury. Es gewinnen halt immer Leute aus der Hand-of-Bloat-Bubble, aber da ist natürlich, wie gesagt, das Problem, dass zwei von drei das auch verdient haben. So, und ja, das war's. Aber das sind ja auch Punkte, die ich auch in dem Video gesagt hab. Okay, man hätt's vielleicht ein bisschen breiter noch machen können. Wie gesagt, mein Hauptpunkt war aber einfach, dass ich halt finde, dass so eine Person wie Shoyoka nicht noch für das, was sie macht, mit einem Preis ausgezeichnet wird. Ich will auch einen eigenen Preis rausbringen mit Skoros und Orange & Orange und Monte. Da soll's auf jeden Fall eine Kategorie Casino geben, find ich. Und Meinungsblogger und so. Und dann geben wir uns immer die Preise. Wir machen natürlich mit Preisgeld, allerdings sponsert uns wahrscheinlich keiner. Das heißt, ich würd's sagen, Skoros und Monte sponsern das Preisgeld, ich nehm das dann. Und dann treffen wir uns alle in der Mitte, auch wenn man das mit drei Händen nicht machen kann. Oder vier. Bei vier Händen gibt's nämlich keine Mitte, muss man wissen. Wir machen einfach hier. So. Bitte. Und jetzt bitte kein neues Video mit Ansage an. Och. Bitte nicht. An wen? Bitte nicht. An wen? Das ist auch das letzte Mal, dass ich dazu was sagen werde. Wenn jetzt irgendwelche Ansagen noch mit irgendwelcher Scheiße kommen, sagt es an. Von mir gibt's dazu keine Klicks mehr. Keine Reaktionen mehr. Bitte lass uns das schämen. Ansage an Stay auf jeden Fall. Und damit ist durch. Sprich. Ansage an Stay. Fruchtet nicht. Mir ist das Latte. Okay, dann mach ich ein Video zu dem Video, was er gegen Monte gemacht hat. Ja, also wie gesagt, also, weiß ich nicht, macht Stay, Stay haut doch auch öfters irgendwelche Ansagen gegen andere raus. Irgendwie. Und dann jetzt zu sagen, lass mal alle chillen, ist irgendwie auch halt komisch. Also ja, dass er den Fokus jetzt irgendwo vielleicht dann an der falschen Stelle sieht, ja, das kann ich irgendwo halt nachvollziehen. Wie gesagt, ich find's halt sinnvoll, das so zu machen. Ne, weil ich ja halt einfach zeigen möchte, warum sie's halt nicht verdient hat. Ich will immer noch den Bayern-Vergleich bringen, wenn ich ein Video mache, warum Bayern nicht verdient Meister ist. Aber da ist ja auch klar, warum es dann um Bayern geht. Aber da würde ich zum Beispiel auch wenig über die Bundesliga sagen. Man könnte da ja auch die Bundesliga dann kritisieren. Und halt, wenn wir sagen, ja, wenn die anderen schlechter sind, dann ist das halt einfach so. Da könnte man den Fokus auch schon falsch liegen. Ja, ich würde sagen, der Vergleich ist so auf 70 Prozent, kann man machen. Wollt eigentlich nur noch mal alle BVB-Fans nerven. Ist krass, ne? Bayern ist einfach Meister, so heftig, ne? Das ist wirklich, ist krass. Aber gut, Dortmund wurde natürlich auch einfach hops genommen am letzten Spiel, muss man sagen, ne? Naja, ansonsten aber, wie gesagt, ich fand die Reaction jetzt nicht schlimm oder so. Ich werde das Video nicht Ansager an Stay nennen, sondern irgendwie Stay macht Ansager an Kuchen.de vor, Shoyoka und Dekalent und Monte. Vielleicht erst Monte? Boah, in welcher Reihenfolge soll ich das machen? Das ist krass, ne vier krasse YouTuber, die alle Klicks bringen bei dem Thema auf meinem Kanal. Dekalent, Monte, Shoyoka, Kuchen.de vor. Weil bei mir ist ja, also, ist ja klar, dass irgendwo auch dann um mich geht, ne? Ich schwitze aber auch nur beim Stream. Vorher waren die noch nicht da. Naja, gut, also. Ansager an Stay kommt. Wollt ich sagen. Na, raus hier.